Übung 1 Ich ordne, steuere und leite mich in mir selbst. Ich greife nach der Wurzel der Migräne und beseitige sie. Ich schließe meine Augen, atme gleichmäßig, entspannt und frei. Leichtigkeit belegt meinen Kopf und meinen ganzen Körper. Ich besinne mich nur auf mich selbst. Meine Gedanken bereiten sich auf eine Reise in mir selbst vor. Ich ordne mich in mir selbst. Ich weiß, ich bin ein Mensch mit großem Selbstbewusstsein, Kraft, Elan und enormer Energie. Aber mein Kopf, mein Körper, ja mein ganzes Ich ist total verkrampft und verspannt. Dies gilt es nun, durch meine eigene, positiv heilende, in mir fließende Energie zu steuern, zu regeln und zu beseitigen. Ja, ich weiß es. Ich habe etwas Außergewöhnliches in mir. Es ist meine eigene Macht und Kraft, die Fähigkeit, meine körpereigenen, positiven Energien in meinem Kopf und in meinem Körper zu leiten und zu steuern. Das Bild in mir wird immer klarer. Ich höre und sehe ganz tief in mich hinein. Ich spiele in meinem Gehirn die motorischen Gedanken durch. Ich mache mir bewusst, wie ich fühle und funktioniere. Ja, nun sehe ich mich ganz klar in mir selbst. Ich wiege leicht den Kopf von links nach rechts. Ich lege in Gedanken ganz leicht meine Stirn in Falten, bewege leicht meine Augen von links Ich rümpfe dabei leicht meine Nase und öffne ganz leicht meinen Mund. Es ist angenehm, zu fühlen, wer und wie ich bin. Ich atme ganz angenehm, leicht und entspannt. Bei jedem Atemzug fühle und spüre ich, wie sich meine Lungen mit dem Sauerstoff meiner Atemluft füllen. So atme ich mich frei. So atme ich mich frisch und frei mit jedem Atemzug in die vollkommene Entspannungsphase ein. So fühle ich mich wohl. Ich fühle mein Herz ganz angenehm in mir. Ja, mein Herz schlägt ganz gleichmäßig ruhig und entspannt. Es geht mir gut. Es geht mir gut. So fühle ich mich wohl und geborgen in meinem entspannten und gesunden Körper. Sämtlicher Druck und alle Lasten von Verspannungen fallen von mir ab. Ich atme meinen Kopf und meinen Körper frei. Ich fühle und spüre meine beiden Arme. Ja, ich fühle und spüre auch beide Beine. Ich fühle und spüre alles in mir. Ja, ich fühle und spüre mich. Mein Kopf, mein Körper, beide Arme und beide Beine liegen wie schwebend ganz leicht. Ich gebe mich nun voll und ganz meinen Gefühlen und der Musik hin. Nach jedem Atemzug versinke ich immer Tiefe in die Erholung und Entspannung. Ich nehme mich wahr. Ich fühle, wie ich in meinem Körper schwebe. Ich fühle und spüre in mir, wie jeglicher Druck aus meinem Körper schwindet. Ich werde frei. Ich werde frei. Es tut so gut. Beim nächsten Atemzug fließt die entspannende positive Energie nach oben. Über den Nacken, den Hals. Ganz sanft strömt sie in meine Kopfhaut ein. Mit meinem inneren Auge verfolge ich das sanfte Strömen meiner heilenden, positiven Energie. Wie ein Windhauch fließt die Energie ganz leicht und angenehm in meine Stirn ein. Dabei streift sie beide Schläfen und beide Wangen. Die streichelnde positive Energie baut jeglichen Druck im gesamten Kopf vollkommen ab. Das gesamte Schmerzfeld fließt mit dem Strom der positiv heilenden Energie aus meinem Kopf vollkommen hinaus. Ich atme nun frischen Sauerstoff über beide Lungen in meinen Blutkreislauf ein. Es tut so gut. Nun fühle ich mich wieder stark und frei. Ich verweile nun noch einige Zeit in meinen Gedanken. Fließe ganz einfach in der in mir schwelgenden Harmonie, Entspannung und Zufriedenheit dahin. Ich bin vollkommen ruhig, ausgeglichen und zufrieden. Ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ganz ruhig. Ich bin sehr gespannt oder angel Mann zu眼st. Ich bin sehr gespannt. Spannend nach oben.